Der örtliche Diss-Jockey gibt die immer gleich hohen Temperaturen durch. El Centro heißt das Caf in der südkalifornischen Wüste. Drehort für den zwölften Levi-Spot, Camera. Der Regisseur Chris Hartwell ist auf Werbung spezialisiert. Der Hauptdarsteller Brad Pitt ist auch in Spielfilmen zu sehen. Demnächst in Thelma & Louise. Die Crew fängt mit dem Ende an, einer komplizierten Kranfahrt, bei der das Licht genau stimmen muss. Das 24-jährige Fotomodell Vivian Cunha stammt aus Brasilien. Sie arbeitete auf der ganzen Welt und lebt mit ihrem Mann in New York. Sie erzählt uns, wie sie ins Geschäft kam, wobei es interessanter ist, wie sie es erzählt. Die Story ist banal. Seit ich zwölf Jahre alt war, wollte ich Fotomodell werden. Und als ich dann mit 18 endlich unabhängig war, hat es auch geklappt. Igitt! Das war die Kakerlake aus der Anfangseinstellung. Natürlich eine Attrappe. Diese Schule wurde eigens für den Clip zum Gefängnis umgebaut. Der letzte Tag ist ausschließlich der Begrüßungsszene der Spots Camera gewidmet. Der letzte Tag ist es für den Clip zum Gefängnis. So, und das war's. Vier Tage für 60 Sekunden. Entscheiden Sie selbst, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020